Wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Ja Freunde, heute habe ich ziemlich viel Stress. Punkt 1 in Singen, ein riesengroßer Flohmarkt. Da werde ich jetzt dann nachher mal hinfahren. Mal schauen, ob ich jetzt noch zu später Morgenstunde Sachen bekomme. Wir sehen uns später auf dem Flohmarkt. Musik Musik Was sollen die zwei kosten? Musik Musik Beide oben auch. Ja. Musik Musik Da werden Sie sehen? Zusammen nach 20 Euro. Boah, nein. Beide zusammen maximal 10 Euro. Maximal. Okay. Zehn, maximal. Wo ist denn hier der Besetzer, wo ist denn hier der Mario? Der Mario? Der muss irgendwo was abholen. Okay. Sag Mario ein großes Handy. Sascha, komm jetzt. Komm jetzt Sascha, hier muss doch noch mehr sein. Ich muss jetzt gefunden. Kannst du mich kurz dazu sagen, auch nicht. Leute, ich habe nichts gefunden. Bei mir gibt es kein Video, wahrscheinlich nur ein Let's Play. Ich glaube das nicht. Ich schwöre auf meine Mutter. Es war nichts da. Nichts. Das ist ja das Schlimme heute gewesen. Ich habe überall gesucht, überall gefragt. Keine Ahnung. Nicht mal ein PS2-Spiel. Guck hier. Hier. Ein Spiel. Gut, ich brauche es nicht, aber er braucht es. Vielleicht. Die Spiele sind nicht drin, die habe ich bei mir. Ah ok, haben sie sie raus gemacht. Ja, dann habe ich meine Erfahrung gemacht. Dann waren die 5.000 mehr. Jetzt mache ich sie selber leer und jetzt dann raus. Und was kostet so eins? Wie viel? Ja. Wie viel? Ah, das ist schon krass. Aber ich bin voll mit DS. Ich weiß, aber ich habe keinen Platz mehr. Ja, das Problem haben wir auch. Alles klar. Komm. Runde. Nein, ich habe keinen Platz. Ich habe echt keinen Platz. Darum kosten sie auch nur 5 Euro. Weil das Phänomen kenne ich. Für Schutzgebühr abzugeben in gute Hände. Ja, ich bin voll. Ach, genau. Bei dem weiß ich nicht mal was sagen kann, aber sogar noch. Nein, das ist so. Bei dem habe ich den Punkt sehr gut gemacht. Ja, Sascha. Ja, ok, ne. Du weißt. Ah, let's deal. Was soll das Spiel kosten? Äh... Ist teuer, ja? Ja? Mach mal kurz. Nein, nein. Komm schon. Verkaufst du? Ach, 3 Euro. Ach, 3 Euro. Verkackter Zustand. Ne, für das Spiel. Verkackter Zustand. Das ist aber auch ein loses. Wo? Ach, verkaufst du heute? Nicht nur heute, aber gut. Jetzt hast du verkauft. Ja, heute. Hast du mir nicht gesagt, ja? Du Spitzbube. Ja, doch. Ich hab dir gesagt, ich will sie verkaufen. Aber du hast nicht gesagt, dass du auf den Markt gehst. Ach so, ja. Du sagst nicht doch, ich bin echt nicht. Aber ich muss... Was? Ich geh jetzt bei zwei Leuten vorbeifahren, die da spielen liegen. Verstehst du mich mal? Ja. Aber dazu muss ich auch sagen, der Ball von morgen ist nicht da. Eben. Deshalb komm ich so spät. Ich hab bis 9 Uhr geguckt. Sascha, deshalb komm ich so spät. Ja? Und den hab ich so geholfen. Danke. Grüß dich. Servus. Ach. Ohoho. Doch noch ins Spiel gefunden, ne? Das tut weh. Das tut weh. Ja, mir nicht. Ja, mir schon. Okay. Was zahlst du denn? Das ist von meinem Sohn. Der kommt jetzt. Der kriegt die Kohle. Also der wollte 10. Was zahlst du denn? Dann kann ich ihm sagen. Fünfer. Ja, das ist mein Vater. Er kommt mit der Wurst zurück. Und dann kannst du ihn wieder fragen, ob was wir sind. Dann ist doch für Fünfer einverstanden, weil die Wurst ist dann fast wieder drin. Die Wurst hab ich gezahlt. Ich komm nachher rum. Ja. Das war Gamecube wahrscheinlich nicht zu viel, gell? Äh, Gamecube hab ich 30 Stück. Ja, aber der hat ja 30. Gamecube hab ich 30 Stück. Dann würd ich ja 100 voll machen, ne? Ich will... Ich will... Ich will soweit voll machen, dass ich... Hi. Dass ich... Hi. Dass ich... Du schaust erstmal was du willst. Du ich schaust. Das Flohmarkt ist vorbei und ähm, jetzt gibt's wieder eine Kofferraumtour. Wie gesagt, andere haben eine Roomtour. Ich hab eine Kofferraumtour. Und ich hab einen Special Guest da. Moment, Special Guest hier. Servus Leute, der Gamefuchs. Jo, weil... Sascha macht glaube ich... Oder sag's einfach selber. Hey Leute! Ich hab heute nichts gefunden, ich schwör's euch. Also... Mein Video geht jetzt zusammen mit Tom in sein Video rein. Naja, also fast nichts gefunden. Also... Er hat auch ein bisschen was gefunden, aber dafür ein eigenes Video... Ne, das macht er nicht. Deshalb ist er bei mir hier Special Guest in meiner Kofferraumtour. Ich mach ein Let's Play. Genau, was? Ja meine Damen und Herren, willkommen bei der Kofferraumtour 2017 Teil 2. Oder anders gesagt, geniale Spiele, geniale Preise, wobei... Ja, also bei den Wii-Spielen gab's bessere Preise, aber... Ich hab's einfach mal so... Irgendwie. Also, fangen wir an. Top Gear, Beetle Adventure Racing, Virtual Chess und die zwei Saber. Videoplay-Geschichten. Darf man sagen von wem? Ja, klar kann ich das sagen von mir. Darf man das sagen? Ja, klar kann ich das sagen. Fantastisch. Ne, vom Sascha bekommen für faire 45 Euronen. Dann hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Wii-Spiele in einem guten bis sehr guten Zustand. Da hab ich den Oberpreis gezahlt von 40 Euro, was grad noch so okay ist. Dafür gab's aber Gamecube-Spiele. Einmal Second Sight, Wolverine Revenge, Spider-Man 2, Future Tactics und Gauntlet Dark Legacy. Die habe ich dann zusammen für 15 Euro bekommen. Und jetzt legt der Sascha auch noch seine Games dazu. Mal schauen, ob ich das hinkriege ohne Schneiden. Ja man Leute. Also hier, ich habe noch Scooby-Doo geholt vom gleichen Händler. Das ist komplett. Drei Engel für Charlie. Das war grad noch so was übrig war. Dann haben wir hier noch Rocky, Ghost Recoon und Kids Next Door. Also alle sind auf jeden Fall komplett. Das ist schon mal gut. Keine Kratzer so. Das passt. Das war das einzige was ich gefunden habe. Das war jetzt natürlich heute von einem Händler, was wir jetzt da gekriegt haben. Sonst wäre natürlich auch nichts gegangen. Genau. Ja Preise. Okay fangen wir von vorne an, weil ein Auto gerade vorbeigefahren ist. Preise hat es bei manchen wieder gehabt. Da hat es mich aufgestellt. Einer hat irgendwie für ein verratztes Wii U Spiel 8 Euro haben wollen. Und ja, ihr seht es dann auf dem Video. Und der Sascha und ich sagen für dieses Video einfach mal zusammen. Führt euch Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal und das nächste Mal hier. Bis dann Leute. Also Freunde, wir sehen uns und wie immer bleibt wie ihr seid und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.